schnell weg falle zugeschnappt ja falle zugeschnappt das heißt wir können sie in diese falle locken kommt noch einer von euch ja der ist gerade auf die falle getappt aber die falle ist nicht mehr da das heißt dem einen haben wir schon mal so viel schaden die falle selber so viel schaden gemacht dass er flieht oder auch nicht erhält nur verdammt ihn aus da ist auch noch die da wirkt magie bang hat er sich jetzt wieder verwandelt ja jetzt sagt jeder dämonenschöte geworden immer wenn die sich verwandeln dann hören die leuten uns auf sie anzugreifen ok der ist weg und der hat seinen mut zurück hat sich verwandelt und hat sich jetzt auch ok dann töten wir den mal ok er ist tot soweit ich weiß haben die nichts interessantes bei sich so haben wir sie haben drei brücken bewacht die morsche hängebrücke der holzbrücke und eine steinbrücke was auch immer sie uns damit sagen wohl was auch immer du damit aussagen wollte über den lavasturm auch noch gut und hier sind wir schon wieder am ausgangspunkt ihr erinnert euch in der letzten aufnahme session habe ich gesagt hier wollten wir nicht weitergehen was wahrscheinlich auch besser war also wir waren hier wir sind von hier gekommen haben jetzt diese rätsel hier gemacht und die tür aufzukriegen haben dann diesen raum gemacht und sind dann hier lang weiter und hier habe ich gesagt wir kehren um und gehen hier weiter sonst wären wir nicht an dem schlüssel stein vorbeigekommen das hätten wir erst hier lang weiter müssen gut hier haben wir schon nach alles nach fallen abgesucht sind hier noch fallen sicher ist sicher gucken wir mal da oben ist eine da ist ein secret bisschen geld schutz vor dem bösen hey und was ist das chaotische befehle durch chaotische befehle wird ein wiesen immun gegen magische befehle vorschlag bezauber herrschaft befehle schlaf und verwirrung sind alles zauber die in diese kategorie fallen ach so also ab hier da ist ein punkt dazwischen der zauber wirkt nur auf ein wesen und hält über seine wirkungsdauer an oder so lange bis er gebannt wird eine runde pro stufe aber schutz vor dem bösen wie im winter ist voll mit eidrängen ok zehnten dass ich mal gelten gut damit sind wir mit dem 2 schon fast fertig hey es ging schneller als gedacht ich habe ja eigentlich war ja eigentlich der meinung dass ich du lachsturm ziehen würde wie zau aber wir haben schon die zweite ebene abgeschlossen vor dem dann schon also dem untergeschoss so noch mal vorbei an den dunkel hat und den schicksals wachen in zwergischen und dann gehen wir hier den wahren weg hinunter die sieht es mit zaubern aus sind eigentlich noch ganz gut aus haben wir auch noch alle ja für die gruppe das einzige was ich halt nicht habe sind des identifikations zauber machen das war jetzt ein versprecher er ja und ich hätte eigentlich ein paar sachen zum identifizieren die ich allerdings nicht identifizieren kann na gut guck mal das buch ja was hier noch liegt er kennt meinen wahnsinn okay den haben wir schon erkannt eigentlich bis jetzt war der mit der ganzen dungeon der reizte waren sind unter meiner also abgesehen von fallen und rätseln alles voll und das war gerade ein feuerball oder ja gut ja in diesem raum liegen viele tote und hier wird ständig ein feuerball gezündet okay au 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 okay jetzt können wir heiltränke trinken das heißt trinkt du mal deine gesamten heiltränke trinkt noch einen währenddessen wirkst du hast trinkt noch einen so dann warten wir den feuerball ab und rennen mit talisa schon mal vor in diese richtung ich habe nämlich noch in erinnerung dass der weg der beste ist ihr braucht dann karlit wenn der nächste feuerball kann dann kann ich immer mit zweiergruppen los rennen ihr bald etwas vor dass wir mehr platz haben das war knapp dünner hier so dann warten wir den nächsten feuerball noch ab wie viel platz hat die wollen nicht sonderlich viel dann gibt mal zeug ab dass ich hier wenigstens das eine plündern kann das hier liegt da liegen ja zwei sachen rum und feile wo schnell weg war knapp okay das zauber hat sich jetzt aufgelöst eispfeile sehr schön tun wir die mal beiseite obwohl wir brauchen sie auf erst die feuerfeile dann die eispfeile dann die anderen so und zwei heiltränke katalisa ruhig noch mal trinken und dann speichern wir hier mal kurz gehen dann vorsichtig weiter ein skelett ein feindliches skelett das mit uns redet seid gegrüßt abenteurer so viel von euch sind nun schon gekommen die alten keller von durlak auszurauben und doch ist keiner hier zurückgekehrt abenteurer sicher bekanntermaßen nicht gerade die hellsten sonst hätten sie ein weniger gefährlich beruf gewählt sieht nur die fünf leute hinter mir an auf immer versteinert jeder einzelne dieser törichten männer und frauen kam um kam um durlak schatz zu finden nun wachsen nun wachen sie über duraks bestiarium die meisten anderen kreaturen sind schon vor langer zeit zu staub zu fallen nur die als mich mich jetzt haben bekannt die große schlange hängt noch in ihrer original todes position position atemberaubend nicht wahr wenn ihr weiter diesen raum hinein war trefft ihr auf die einzigen lebenden geschöpfe die es noch im bestiarium gibt diese geflügelten bestien leben dort schon seit jahrhunderten verändert durch alte und starke magie bisher hat niemand sie besiegen können entscheidet ihr euch jedoch dazu diese fürchterlichen bisschen zu bekämpfen ist hilfe zur hand jeder dieser statuen hinter mir beherbergt den verdammten körper eines armen helden wenn ihr die knopf unter dem sockel einer statue besteht betätigt befreit ihr den alten helden er wird durch einen zauber gezwungen euch eine kurze zeit zu dienen aber nach ablauf dieser zeit wird er rache an dem nehmen der es wagt ihm zu befehlen weiter kann ich dazu nichts sagen und nun auf wiedersehen und tod ist das skelett okay hier sind irgendwelche bösen gegner und hier sind statuen also die beiden zwergen schicksals machen so sehen sie jedenfalls aus die funktionieren nicht aber die 54 siehst aus wie ein hobgoblin und du siehst aus wie ein stoffer nehmen wir erstmal den hobgoblin äh ich wollte auf den hobgoblin klicken diese statue steht die hobgoblin banditen fürsten bulrush da ich bin bulrush oder bulrush vom clan der schwarzen maen es gibt nichts das meinen feinden kommt zeigt mir eure feinde damit ich sie töten und ihr blut trinken kann wie nett und du diese statue steht den krieger morlock da ich bin morlock und alles was ihr mich wissen müsst ist eine unvergleichliche kriegskunst zeigt mir doch die monster damit ich sie besiege ja okay wir nehmen erstmal nur zwei von denen als kugelfang sozusagen und suchen mal den ersten gegner hier oder die ersten gegner das sieht schon mal so aus als ob hier gleich einer kommt ja nein das sind zwei ok dann holen wir mal mehr verstärkung und wir die beiden noch das eine war diese statue steht die sirenen kriegerin mail da diese statue steht den halbzwerg tanur da ja gut ok sagt die größten menschling ich bin meiner kriegerin und zauberin der sirenen in meinem volk reicht keine an mich heran und ich werde jeden fall entschlagen unsere wege kreuzen mag ich bin tanur lasst uns nicht wertvolle zeit mit der begrüßung verkeulen zeigt mir lieber was getötet werden soll damit ich meine angst drauf tanzen lassen kann ok so der hobkommel ist schon mal tot karl ist es auch kurz davor zu sterben ok minsk sieht auch nicht so gut aus der zwerg ist auch gefallen und minsk ist auch fast tot und sonst gehen langsam die zauber aus du hast heiltzauber oder hier dann heil mal du hast auch heiltzauber dann heilt sieber auch mal ok jetzt haben wir noch die sirene und den oker können wir nicht rufen haben wir den schon aus versehen gerufen hä warum kann ich den oker nicht rufen habe ich was verpasst ok nochmal das ganze irgendwie ist da gerade was schief gelaufen ok gehen wir hier rein das skelett ja das kennen wir jetzt bereits alles irgendwas ist mit dem oker schief gelaufen also rufen wir erstmal ihn hier wieder den kennen wir ja schon und morlock und euch beide lasse ich mal vorgehen wieder und diesmal gucken wir dass wir nur einen würm anpissen ja genau so nämlich du bist schon fast tot dann machst du mal die hexerei auf den ich ziehe dich mal zurück und au 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 da frischst den Hauptproblem ich werde gerade sauflich jetzt noch den Verwandlungsstab ob der gegen den Windwürmer hilft und hier hört auf euch an Kallit zu verkeilen mussten sowas sein verkeilen sich die anderen an Kallit Kallit stirbt so Skelett ist tot Kallit ist sogar gefressen worden so also wieder du und wieder du ja so ja so dann schicke ich euch beide schon mal los nichts leichter als das ja und da ist ein Würm verschont keinen gut okay der ist schon wieder schwer verwundet und er ist tot dann gehe jetzt mal auf den Hauptgoblin los und der Hauptgoblin hat Panik und ist tot auch nicht schon wieder dünner hier fressen und Minsk schmeckt nicht so gut hier Minsk trink mal ein um wie hier okay Untertitelung des ZDF für funk, 2017